Was ist der Grund für große Dramen in den Bergen? Ist es wirklich nur die Inkompetenz? Sind es wirklich nur unglückliche Umstände? Ist es wirklich nur der gefährliche Berg? Oder ist es vielleicht manchmal auch eine Aneinanderreihung von all diesen Dingen? Das sind Fragen, die man sich bei Tragödien, Todesfällen und Unfällen in den Bergen grundsätzlich immer stellen kann. Doch in einer Saison, in einer Nacht, an einem Berg, haben diese Fragen ihren historischen Höhepunkt erreicht. Heute geht es in Berge im Porträt um das Unglück von 1996 am Mount Everest und was wir Bergsteiger daraus lernen könnten. Hallo und willkommen zu einem neuen Video am Alpenberg Academy Kanal. Vergesst nicht, dass ihr den Kanal abonniert, wenn euch diese Videos gefallen, denn so könnt ihr den Kanal ganz kostenlos und einfach unterstützen. Der Mount Everest. Jeder kennt ihn. Seit Jahrzehnten sorgt er für Schlagzeilen, wenn es um die Besteigungsrekorde, die Expeditionen, die Lager und die absurden Gipfelerfolge geht. Doch das Jahr 1996 ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr gewesen. In der Mitte der 90er Jahre wurde das kommerzielle Bergsteigen auf den höchsten Bergen der Welt langsam beliebt. Bis zu diesem Zeitpunkt war es vor allem Variantenbergsteiger, einzelne Teams, staatliche Expeditionen oder Alpin-Teams, die den Everest besteigen wollten. Kommerzielle Expeditionen waren immer wieder vertreten, aber klein und in der Unterzahl. 1996 kamen erst mal zwei ganz große kommerzielle Expeditionen am Berg zusammen, die mit für damalige Zeiten vielen Teilnehmern den Gipfel erreichen wollten. Da war zum einen die Expedition von Mountain Madness, einem Expeditionsanbieter aus den USA, der in den Jahren danach immer wieder für eine Vielzahl an Besteigungen bekannt wurde. Diese Expedition war mit drei Bergführern ausgestattet. Scott Fischer, Anatoly Buklejev und Neil Bailman. Im Gepäck hatten sie insgesamt acht Kunden am wichtigsten Tag, dem Summit Push. Zwei Kunden haben an unterschiedlichen Stellen noch vor Lager 4 die Tour aus medizinischen Gründen abgebrochen. Weiters war für die Expedition fünf Sherpas im Einsatz. Die Kunden waren allesamt halbwegs erfahrene Berggeher. Nicht alle von ihnen waren bereits auf 8.000ern, doch wiesen andere Qualifikationen vor. Auf der anderen Seite gab es noch eine weitere große kommerzielle Expedition, die Expedition von Adventure Consultants. Das neuseeländische Unternehmen war relativ ähnlich aufgestellt, durchwegs erfahrene Bergsteiger, jedoch nicht mit viel Höhenerfahrung. Die Bergführer Rob Hall, Mike Groom und Andy Harris führten ebenfalls acht Personen am Mount Everest, zusammen mit vier Sherpas. Soweit die Ausgangslage im Lager 4 des Mount Everest am Südsattel, auf der Südseite der beliebten Aufstiegsroute über den Kumbu-Gletscher. Unter den Teilnehmern gab es einen heute bekannten Namen, John Krakauer. John Krakauer kam als Reporter und Journalist für das Outside Magazine mit zum Everest. Er sollte den wachsenden Tourismus am Mount Everest feststellen und dokumentieren. In seinem später erschienenen Buch erzählt er viel über den Verlauf der Expeditionen. Die beiden großen Agenturen waren durchaus zwar keine Feinde und arbeiteten mehr oder minder zusammen, waren aber dennoch untereinander Konkurrenten. Eine erfolgreiche Besteigung war eine großartige Werbung für den eigenen Betrieb. Neben den beiden großen kommerziellen Expeditionen gab es noch weitere kleine und große Teams, wie zum Beispiel die IMAX-Filmexpedition und eine große staatliche Expedition aus Taiwan. Es gab außerdem noch zwei wichtige Grundvoraussetzungen, die die Geschichte später prägten. Zum einen war es die Tatsache, dass die Absprachen für die Verlegung der Fixseile uneindeutig verlief. Die Abmachungen wurden schlecht kommuniziert oder nicht eingehalten. Zum anderen gab es da noch Kommunikationsschwierigkeiten, was die Turnaround-Time betrifft, also den Zeitpunkt, an dem man Kehrt einlegt, egal wie weit, egal wie hoch man ist. Manche sagten, 13 Uhr wurde vereinbart, andere Sprachen von 14 Uhr. Es war schwierig. Wir springen zum 9. Mai 1996. Die beiden Teams von Mountain Madness und Adventure Consulting und auch die anderen Teams wissen, dass sie in dieser Nacht den Aufstieg zum Gipfel in Angriff nehmen. Das Wetter war zuvor unsicher, besserte sich aber. Adventure Consulting war das erste Team, das den Aufstieg startete. 23.35 Uhr ist es und sie gehen los. Nach drei Stunden bricht Frank Fishbeck aus dem Team die Tour ab. Laut seiner eigenen Aussage hatte er ein dumpfes Gefühl, dass irgendwas an jenem Tag nicht stimmen würde. Durch die Engstellen und Fixseile orientierten sich alle an den langsameren Bergsteigern. Alle wurden eben zusammengehalten, egal wie schnell oder langsam man war. Das Mountain Madness Team und das Adventure Consulting Team gingen also quasi Hand in Hand. Im späteren Verlauf kam es weiterhin zu Stau. Zum einen eben durch langsamere Bergsteiger, zum anderen aber auch aufgrund von fehlenden Fixseilen. Immer wieder mussten Fixseile nachgereicht und erst entsprechend verankert werden. In dieser Zeit konnten sich die Bergsteiger quasi nicht bewegen und kühlten natürlich auch aus. Unter dem Hillary Step hat man selbst bei gutem Wetter mit minus 30 Grad gefühlter Temperatur zu kämpfen. Es war 11.30 Uhr, als die hinteren Bergsteiger noch rund drei Stunden vom Gipfel entfernt waren. Sie waren zu diesem Zeitpunkt also eigentlich schon viel zu spät dran. Um 13.07 Uhr erreichten dann jedoch die ersten Bergsteiger den Gipfel. Der Bergführer Bukrejev, John Krakauer und die meisten anderen Bergsteiger, die den Gipfeltag nutzten. Ein paar Bergsteiger jedoch waren auch nach den diversen Umkehrzeiten noch verbissen auf dem Weg zum Gipfel. Bis zu diesem Zeitpunkt also eine sehr normale Everest-Expedition. Der Abstieg ist jetzt sehr unübersichtlich, wenn man die Schicksale aller einzelnen Teilnehmer aufschlüsseln will, weil ja auch das meiste natürlich gleichzeitig passiert ist. Doch es gibt ein paar Schlüsselereignisse, die dieses Drama generell ganz gut erklären. Am Abstiegsweg hat sich der Bergführer Bukrejev dazu entschieden, allein, so schnell es irgendwie geht, abzusteigen. Der Weg war an sich klar und versichert. Es war offensichtlich, wohin die Reise für die Bezwinger des Gipfels also gehen soll. Zugleich war Bukrejev ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs. Auch das wird später nochmal wirklich wichtig. Auch John Krakauer und Martin Adams waren am Weg nach unten. Alles verstreute sich ein wenig. Schließlich wollen alle, so schnell es geht, mit dem wenigen verbleibenden Sauerstoff wieder zum sicheren Lager 4 absteigen. Am Rückweg fällt Adams auf, dass das Wetter schlecht wird. Um 15.30 Uhr, als immer noch diverse Bergsteiger am Gipfel oder im Gipfelbereich waren, war der Berg in kürzester Zeit in Wolken gehüllt. Die Sichtweite verschlechterte sich also. Rob Hall, der erfahrene Bergführer und Experte der Expedition, war erst gegen 16 Uhr mit seinem Kunden am Gipfel. Zu diesem Zeitpunkt war ein Whiteout am Abstiegsweg eine große Gefahr für viele der Bergsteiger. Ein enormer Sturm zog gegen 18 Uhr dann endgültig auf. Gegen 19.30 Uhr erreichten John Krakauer und Martin Adams das Hochlager 4. Bukrejew war bereits im Lager und brach gegen 20 Uhr nochmal auf, um rund 200 Höhenmeter aufzusteigen und im Sturm nach Leuten zu suchen. Er fand aber niemanden. Nun war klar, dass sich zwischen jenen, die es bereits ins Lager geschafft haben und denen, die noch am Südgipfel versuchten, einen Weg nach unten zu finden, eine Schneise der Hoffnungslosigkeit aufgetan hat. Es waren jetzt Bergführer, Sherpas und Kunden gleichermaßen in einer Falle gelandet. Die Sherpas und Bergführer tun sich also jetzt alle zusammen, um eine große Gruppe der Kunden vom Südgipfel in Richtung Südsattel und dann eben zum Camp zu bringen. Bailman versuchte nun zusammen mit Mike Groom und deren Sherpas, seine Gruppe in einem größeren Bogen durch leichtes Terrain zum Lager zu führen. Doch durch die schlechte Sicht konnten sie es auf der ebenen Fläche nicht finden. Sie mussten im Sturm ausharren, bis es um Mitternacht erstmals in 200 Metern Entfernung leicht sichtbar wurde. Zwei Kunden mussten an dieser Stelle jedoch zurückgelassen werden. Währenddessen steckten sämtliche Bergsteiger, die zu spät den Gipfel erreichten, immer noch zwischen Südsattel und Südgipfel des Mount Everest fest. Lopsang Sherpa, Rob Hall, Doug Hanson, Scott Fischer, Makalugau, Andy Harris. Diese Namen sind ihm wichtig. Lopsang war der fitteste Sherpa im Gipfelbereich. Half also Rob Hall und dem Kunden Doug Hanson beim ersten Stück im Abstieg vom Gipfel. Er traf weiter unten, dann aber auf Scott Fischer, den er zuvor alleine weiter nach unten geschickt hatte. Scott Fischer war in einer schlechten Verfassung. Er war langsam und unsicher, rutschte am Hosenboden hinunter. Letztlich konnte Lopsang nichts mehr für ihn tun, außer ihm einen windgeschützten Platz zum Ausharren zu suchen. Dabei trafen sie auf Makalugau und seine Sherpas. Auch er war so schwach, dass er bei Fischer in der Nähe verblieb. Andy Harris war währenddessen wieder auf dem Weg nach oben, um Rob Hall und Doug Hanson mit Sauerstoff zu unterstützen. Die Sherpas erreichten das Hochlager 4 in den späten Nachtstunden am 10. Mai. Zur Übersicht. Rob Hall, Andy Harris und Doug Hanson waren irgendwo unter dem Hillary Step. Mehr wusste man aber nicht. Scott Fischer und Makalugau waren in einem Notbiwak weiter unten in Richtung Lager 4 untergebracht. Am nächsten Morgen gab es dann einen Funkspruch. Am Telefon war Rob Hall. Er hat die Nacht auf 8700 Metern Höhe wie durch ein Wunder überlebt. Doch sowohl Hanson als auch Harris waren verschwunden. Wo sie genau waren, konnte niemals geklärt werden. Zwei Rettungsteams, bestehend aus Sherpas, machten sich auf den Weg, um die beiden Gruppen zu retten. Das eine Team fand Fischer und Gao. Fischer war in so schlechtem Zustand, dass er zurückgelassen werden musste. Gao aus dem taiwanischen Team konnte tatsächlich gerettet werden. Das zweite Team konnte Hall jedoch nie erreichen. Hall war noch eine Weile am Leben und funkte immer wieder ins Basislager. Bewegen oder gar klettern konnte er sich jedoch nicht mehr. Er wurde später von einem anderen Team tot aufgefunden. Bukrejev hat später am 11. Mai nochmal einen eigenen Rettungsversuch gestartet. Den Expeditionsleiter Scott Fischer finden, das war seine Mission. Und tatsächlich erreichte er Fischer. Jedoch war dieser zu dem Zeitpunkt bereits tot. Fünf Personen kamen bei diesem Sturm, bei diesem Gipfelanstieg auf der Südseite letztlich ums Leben. Drei Personen erlebten das gleiche Schicksal auf der Nordseite. Doch drei große Punkte waren am Ende des Tages hier einzigartig. Zum einen war es Bukrejev. Sein Verhalten am Berg wurde später auch in anderen Büchern nochmal kritisiert. Ein Bergführer hat Sauerstoff mitzuführen und muss dem Berg und dem Kunden immer überlegen sein, um ihm helfen zu können. Außerdem war seine Entscheidung, so schnell wie möglich abzusteigen, um Kräfte für Rettungssituationen zu sparen, ebenfalls fragwürdig. Denn seine gesparten Kräfte waren dann nie wirklich entscheidend. Und mit zusätzlichem Sauerstoff hätte er auch keinen Stress gehabt. Eine weitere Sache, die dieses Drama besonders machte, ist die minutiöse Dokumentation. Die Überlebenden, allen voran John Krakauer, als Berichterstatter für ein Magazin, konnten viele Details aufarbeiten, aufbereiten und verschriftlichen. John Krakauer erhielt durch sein Buch in eisigen Höhen und seinen Artikel auch enorme Aufmerksamkeit. Kaum eine Tragödie am Everest, und davon gab es ja mittlerweile ein paar, ist in ihrem Hergang so eindeutig dokumentiert. Und zuletzt wird dieses Drama durch einen Zufall bekannt. Denn es passierte in jenen Jahren, in denen der Tourismus am Everest so richtig an Fahrt aufnahm. Es passierte, als Bergsteiger zu Kunden wurden und Agenturen aus dem Ausland so richtig erfolgshungrig. Ob das Geschehene, die Todesfälle, die schrecklichen Funksprüche von Rob Hall, die Rettungsaktionen und die erfrorenen Zehen und Finger letztlich das Produkt dieser modernen Entwicklungen am Everest waren und vielleicht auch der Tatsache, dass im Zeitmanagement dadurch viele Fehler gemacht wurden oder vielleicht doch schlichtweg ein Zufall, Pech, ein Drama, das auch den Besten der Besten hätte passieren können. Genau das wurde jahrelang und bis heute vielfach diskutiert. Die mit Abstand berühmteste Darstellung legte John Krakauer mit seinem Buch vor, welches später auch in einem Film mündete. Doch an dieser Stelle möchte ich eine Sache unterstreichen. Die berühmteste Meinung, die berühmteste Darstellung, die berühmteste Faktendarlegung ist nicht unbedingt die 100% korrekte, die ehrlichste, die vollständige. Damit möchte ich Krakauer natürlich nichts absprechen oder gar unterstellen. Doch wichtig ist, dass viele Fragen am Ende offen blieben, viele Rollen auch ungeklärt waren, viele Dinge aus der Wahrnehmung einer Person geschildert werden und es die objektive Wirklichkeit eben nie geben kann, wenn man eine Berichterstattung, ein Buch, ein Buch oder einen Film letztlich betrachtet. Dieses Drama hat viele Seiten. Mehr Seiten, als man in einem Buch beleuchten kann. Und ganz sicher viel mehr Seiten, als man in so einem kurzen YouTube-Video darstellen kann. Doch viele dieser Seiten werden wir leider niemals hören. Mich würde interessieren, ob ihr das Drama von 1996 eigentlich vor diesem Video schon kanntet oder ob ihr vielleicht sogar das Buch von John Krakauer dazu gelesen habt. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.